Jo Leute und willkommen hier zu der nächsten Folge Marov und heute steht das PvP-Projekt an. Wir sind zwar leider nur vier mit dem Antix, Tunox und Schmalooten, aber wir haben eine kleine Arena vorbereitet. Alles in Survival natürlich. Und wir haben quasi eine Rüstung heute da mit Fire Protection 2 und Unpranking 3 und so natürlich, weil es sich runter geht. An den Seiten, könnt ihr jetzt sehen, lasst euch überraschen, nein, wollt ihr euch sehen. Sie brauchen ein Stickman-Knockback 2, das heißt also, wir können reingeschubst werden in die Lava und ja, dann sind wir tot. Ja, seid ihr dann alle bereit? Alle Equips? Bereit. Jo. Dann würde ich sagen... Rein da. Rein. Geht los oder... Ja, es geht direkt los. Also. Jetzt sind die Leute nochmal die Arena von innen. PvP-Event hier. Jo, jetzt geht's los, Alter. Na, schmalooten. Oh. Und Antix, oh shit. Viel weg. Niemals. Oh nein. Oh. Seht ihr diese MLG-Kombo? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein. Oh. Komm nicht auf diesen Drecksspinnerzen raus. Das ist Müll und ich war im Feuer, Alter, ist schon drin, ne? Wir haben auch so gesaved, super safe gemacht, Alter. Nein. Der will die Richtung. Der will uns in die mittlere Lavasäule schicken. Ach komm, leg mich am Arten, Alter. Geh weg, Alter. Mein Gott, ey. Anstaubend, cool. Oh mein Gott. Jetzt abstauben. Ach, geh weg, Alter. Ich will nicht mehr. Oh ja. Nein. Genox brennt. Nice. Nein, nein. Komm, komm, komm. Fuck, fuck. Ja. Fuck. Nein. Ja. Der erste ist raus. Der erste ist raus. Oh mein Gott. Hey, wie hast du das überlebt? Vorher mit der Lava. Was willst du denn? Hör, komm weg, Alter. What the fuck, Alter. Was geht mit euch, Steve? Da, Schmaluten. Kann man zuschauen, irgendwie? Ähm, das darfst du dann in unseren Folgen sehen, würde ich sagen. Ah, komm. Okay, das war leichter Fail hier. Doch. Jawohl. Weg mit dem. Ey. Nicht nur auf mich klopfen wir. Was soll ich mit dem Zeug machen, wo ich jetzt noch hab? Äh, lass das im Inventar, lass das tun wir gleich in der Truhe und dann... Okay. Oh, Ripp. Wie schaut's aus da oben? Wer verliert? Möchtest du mal weglaufen? Beste Taktik. Lustig ist, man kriegt ja keinen Not-Deck, wenn man im... Wenn man manchmal kriegt man keinen Not-Deck. Wenn man... Ah, da kommt wieder der da. Ist ja voll witzig, wenn man manchmal in der... In Finis steht. Das ist halt gut gemacht, den Netz eigentlich, weil... Ja, das war meine Idee. Theoretisch, weil... Oh, macht mir nichts. Soll ich eigentlich der Folge beenden, oder wie? Äh, wie du magst, eigentlich. Aber die Leute können halt nichts sehen. Ja. Fick dich doch alles. Du kannst ja... Ähm, dann war's jetzt mit dem kleinen PvP-Event. Bisschen verkackt, aber YOLO. Und ciao. Füß. Jetzt rollt sich da einfach ein. Ich bin jetzt. Ey, Kevin, du... Ja, jetzt ist er raus. Wow, wie er geflogen ist. Was war das denn, Alter? Das war so ein... Das war so ein Kombo jetzt. Gottes Willmann, Jungs, geht weg! Ja, du, du bist bei uns grad weg gewesen. Was ist hier? Nein, ich hab mich verklickt. Grip, habt ihr gerade meine Tränke fliegen sehen? Ja, danke. Danke für den Push, Jungs. Sehr nett von euch. Ach, scheiße. Das ist bei mir nicht die knappe Smash gerade irgendwie. Ah, scheiße, Alter. Oh, Gott. Ich hab mit alles, um zu gewinnen, jetzt können sie mir gar nicht glauben, aber ich spitz grad so richtig hart. Oh, das mit den Spinnnetzen ist richtig assi. Ich glaub, die hätten die einfach nicht machen sollen. Ja, das ist richtig low, wenn so kleine Pisser da drin kämpfen. Ey, ja, ja, ey, der ist auch ein Pisser, der kämpft da drin. Hast du da reingekickt, ne? Oh, shit. Der Betron kommt, ne? Aber nur mal so. Oh! Nein! Ja! Fuck, 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 fuck! Oh! Danke. Knapp, Leute. Ich hab' ein Problem. Ich bin nicht fliegen. Da. Leute, wie, was war denn das jetzt? Ich hab' mich grad krifft. Ich dachte grad, Kevin wär' hinter mir. Ja, das kann gar nicht sein. Du bekommst viel weniger Knockback als ich. Hex, würd ich sagen. Das ist immer so, keine Ahnung. Nein, er hat die ganze Zeit, hat er das schon. Hey, hey, guck mal, wenn du mich schlägst. Ja, aber nicht so weit wie ich. Ja, ping. Nichts ping, ich hab' selber ping. Keck. Ja, keine Ahnung. Hey, lol, das ist halt echt so. Du springst jedes Mal, du springst jedes Mal. Du versuchst, ein Crit zu setzen, deswegen. Trotzdem, auch ohne. Das Lava ist so gefährlich, wenn ihr Apfel mehr habt, ne? Das Lava ist so gefährlich, wenn ihr Apfel mehr habt. Und, ähm. Ja, Mann, das dauerhafte Essen ist echt schade. Mist. Das Problem bei mir war, die Spinnenweben waren einfach genau bei der Lava an der Kante. Ich konnte nicht raus. Das war YOLO, aber. Mann, alle zwei sammeln die Wichser, Alter. Ja, sozialen. Ja, stirbt die Botron, hoff ich mal, dass du stirbst, Alter. Ja, zum Looten, geh weg, Alter. Oh. Leute, Leute. Upp-di-di. Damit ist der Gewinner der Hacker hier, der einen Knockback-Glock hat. Alle meine Fans, tanzen aus der Reihe. Dann sehen wir uns gleich bei der Verlosung wieder, Leute. Ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Und zwar jetzt mit der Auflösung. Ihr seht hier, dass wir fünf Sachen zur Auswahl haben. Eins, vier halbe Stacks Essen. Deiner Wahl, also keine Gold-Apple oder so. Zwei ist zweimal 16 Zepplings deiner Wahl. Drei sind Farben, die sich unser lieber Axios gewünscht hat. Vier ist Eisen oder eine Eisenspitzhacke mit Effizienz 3 und Unbreaking 2. Und fünf ist ein Stack XP Floss. Jetzt haben wir hier einen Zufallsgenerator, eins bis fünf. Und dann generieren wir jetzt die Zahl für unseren Gewinner Schmalooten. Und das ist die vier. Die vier ist ein Eisenblock oder eine Eisenspitzhacke mit Effizienz 3 und Unbreaking 2. Was möchtest du denn haben? Die Eisenspitzhacke. Ja, alles klar. Okay. Okay. Gib mir mal bitte kurz Game-Mode, Kevin. Warte die Rüstung noch. Ähm. Nicht. Dann bitte aufwarten. Okay, ich habe jetzt die Sachen hier. Schmalooten darfst du heute gehalten. Ja. Und ich habe jetzt schon die Sachen. Jetzt seht ihr, dass irgendwas rausgenommen wurde, Leute. Für ihr Liegen. Jens. 2. Wirklich, Lava. Nimm doch einfach Feuerzeug. Unhaltbarkeit 2. Ich hoffe, das geht jetzt nicht von meinem Laufen weg. Ja, Jolo. Wir gewinnen auch Schmalooten. Ja, ich bin abgehoben. So, vielen Dank. Ja, auch GG an die Kollegen. Auch wenn es halt wirklich ein bisschen komisch war. Bisschen. Bisschen. Naja, das ist halt, das ist derselbe Schrott wie auf Gomme. Da fliegen auch manche weiter als andere. Ich bin fertig, ich bin fertig, Kevin. Kannst keinen Mut draus machen. Ne, bring uns Sachen, chill. So, Effizienz 3. Oh, nice. Denk dran, du musst dann, ähm... Das hier eingeben. Ich? Nein, Kevin. Achso. Gut, äh, aber ich würde sagen, das war's. Damit wir den kleinen... Genau. PvP-Event. Projekt, was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten normalen Folge wieder. Jeden Sonntag wird... Kommt hier auf den Kanälen von uns das PvP-Event. Äh, schaut auch bei den anderen vorbei. Guckt da, wie der Fight ausgegangen ist. Normal ich natürlich der Vorletzte war. Da ist es eigentlich relativ egal. Aber, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein und ciao. 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 Ciao.